Ziel! Verschwindt der Mann! Ziel! Verschwindt der Mann! Ziel! Verschwindt der Mann! Ziel! Verschwindt der Mann! Macht sie Platz! Mangel gibt's in jeder Stadt! Mangel gibt's in jeder Stadt! Wir sind zwei oder drei Tage nach der Feminizde. Und noch heute sind wir noch 40.000 Personen, die einen potentiellen Violeur, einen potentiellen Agresseur. Ich finde es unglaublich, und nicht acceptable, in 2023. Wir sind Frank seit einem Moment, und wir werden sie immer folgen. Über den Protest? Es ist ja gar nichts bewiesen. Warum? Groupies gibt's überall. Groupies gibt's Empfängerjahre. Es tut jetzt so, als ob man das erste Schätzchen entdeckt hat, was ein Groupies ist. Wenn sie sagen würden, dass es jetzt passiert ist, dann würde ich nicht hier sein. Aber mit all den Nachrichten, die wir haben, können wir einfach nicht sagen. Es ist einfach nicht wahr.